und damit willkommen zurück und gucken ja ja passt ist sehr schön dann brauchen wir jetzt in jeder festung so eine schmiede so überall mal bauen gibt es einen hotkey für nein das ist natürlich sehr schade das muss ich jetzt kurz machen hier überall aufbauen aber geht schon nichts mehr okay gut kein geld mehr pech gehabt ende dann gehen wir da hoch dann gehen wir dahin und kann man hier so durch durchrattern die menschen müssen als nächstes weg wird noch nicht ganz einfach die elben auch nicht die orks wird man sehen na gut das kriege ich kampflos das ist sehr schön hier wird es wieder knifflig das wird doch einfach oder fangen wir mal mit einer einfachen schlacht an die gräber höhen die wir gerade verloren haben holen wir uns jetzt wieder zurück hätten wir das land mordor gegeben der mordor immer noch am leben gewesen aber die menschen lachten sich das macht man nicht dann warst du das sind wirklich die üben gräber und damit ist dann vorbei ne gg und ende so wieder schön hier alles holen blub 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 irgendwas fehlt das dann ach ja da war ein gast das haben wir gleich kaputt graben wir sind aber das überlebt kurzzeitig oder ist was durchgekommen da ist was durchgekommen doch da unten was hat er denn für ein problem passt doch da na schauen wir mal irgendwie wird es schon werden die reiter sterben hier nämlich langsam aber sicher vielleicht meldi auch nicht wer weiß ist ja auch egal irgendwo muss was gehen ein baumeister schon mal weg schauen wir mal ob wir irgendwo einen anderen baumeister noch finden den wir töten müssen können dürfen sein so scharko stirbt jetzt vermutlich vermutlich tschüss vielleicht hätte ich das ding doch einnehmen sollen statt es zu zerstören naja zu spät aber ich kann jetzt hier mal ne Grube bauen Uruk Grube ist bereit und die steht da halt oder er jetzt ist er weg du 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 alles chillig ich bin gespannt wo der jetzt noch ah natürlich ist ja klar baumeister tot gewonnen gg ein glück der hätte nur die baumeister abgrasen müssen dann hat er gewonnen er hatte ja alles ausgerüstet aber wollte er nicht dann verliert er nicht auch hat er probiert das drüber toll türme brauchst gegen den level 10 drachen nicht bauen das ist schwach sind die sterben sofort wir halten nix aus der rennt da zweimal drüber und der turm ist weg das ist das Problem ich glaube er kommt von oben bin mir aber nicht ganz sicher mit nur einer Truppe wird das aber knackig keine gnade so ich verteile mich jetzt ein bisschen es dürfte sicherer sein ich muss ja den drachen gar nicht vernichten ne ich muss ja bloß das ganze zeug hier vernichten das ist das geheimnis wenn ich das schaffe gewinne ich nicht zurück wachen macht eure waffen bereit macht euch kampfbereit ja ja aufwachen macht eure waffen bereit wuch durch vorschwere wir können wachen wachen lasst meine lehung lasst sie nicht entkommen arbeitet an eurer einstellung schaun wir mal wir bauen mal jetzt der ist tot nicht dennoch bekommen gewonnen das ist halt genau das ding die bauma ist also der drache war jetzt böse aber da kann man drum herum werkeln indem man halt weiß was für ziele man sich setzen muss ich hab's auch schlecht getradet aber ich hab die schlacht gewonnen da ist das lustige daran das ist das tolle so das dürfte er gar nicht gewinnen keine chance keine chance überhaupt nicht schau mal schau mal dann sehen wir schon ich glaub der startet da unten mhm ach ich hab ballisten dabei ach schön eine zumindest so nehmen wir uns hier das ganze zeug nieder sehr schön das ist auch schön na ok den holen wir uns doch vielleicht ist er auch oben ich weiß es nicht keine ahnung ich wette die kri hat map pack und weiß wo ich bin wie immer hier ist er nicht naja wir werden es sehen irgendwie irgendwann keine ahnung keine ahnung keine ahnung keine ahnung keine ahnung keine ahnung wir sind die ballisten kaputt kann sein wir haben hilft mir halt nur leider nichts ne aber das ist nicht gut wenn der baum ist dass er da steht er kommt doch nicht mehr raus der ist tot sieht schlecht für mich aus sieht schlecht für mich aus vielleicht können die berserker ja was weißen ich glaube es nicht also der stirbt geht alles kaputt hier alles geht kaputt ja schwachsinn na los greif an hau drauf vor allem kann man nicht gewinnen weil ich null ahnung habe wo der gegner ist das ist das problem also ein baumeister habe ich noch das war es sonst naja da oben ist er na sehr schön vielleicht sollte ich erst mal eine festung bauen wer weiß aber den baumeister den hole ich mir definitiv und baumeister töten nein wollte er nicht doch gut jetzt sehen wir gleich ob das wirklich uns gehört ich glaube bisher läuft das noch so halbwegs alles stirbt weg okay ich glaube ich gewinne das doch noch puh das war knackig wir sind auch ganz schief gehen können weil er hat halt reiter und ich weiß nicht wo es bauen das ist eine ganz böse kombination gute theoretin aber es hat funktioniert von denen er ist das noch ganz in ordnung was jetzt müssen wir hier noch kämpfen wieder gegen diese 3 oh diesmal hat der ass auch sehr viel zeit okay aber ich habe ein paar ausgerüstete einheiten das könnte klappen ich werde wieder überall creepen und dann schmeiße ich einfach alles mit 4 euro gruben auf ihn drauf und anders funktioniert das nicht schau mal schau mal dann sehen wir schon das kann ich immer zuerst machen weil das spiel dabei stehen bleibt so die dorthin die dorthin die dorthin die dorthin die dorthin der Rest dorthin und dann da so naja vielleicht auch ein bisschen anders verteilen schau mal einfach so alles kaputt haben wo sind denn die waage da das ist schön so na also oh das ist aber böse das ist aber ne menge troll power ok das könnte sogar sein na ob das so klappt wie ich mir das vorstelle ich bin mir da noch nicht so ganz sicher wird diesmal schwieriger habe ich das Gefühl ich glaube diesmal wird es schwieriger ohja da kommt eine ganze Menge Zeug naja das sieht nicht so gut aus schau mal jetzt kommt der Asa ach du große Güte naja aber ich sollte vielleicht noch nicht aufgeben vielleicht kann ich das ja noch schaffen schau grad böse aus ja aber wer weiß wer weiß wer weiß so hau drauf der kriegt der geld für das ganze zeug was er mir kaputt haut boah ist das böse das geld geht mal wirklich aus ne mhm er schaut schon sehr böse aus Vor allem weil da noch tausend Millionen blöde Helden dabei sind. Das macht es nicht einfacher. Kein Geld! Kein Geld! Aber wer weiß, vielleicht schaffe ich das ja noch. Na komm! Der ist tot. Aber ich glaube nicht, dass ich das noch durchhalten kann. Ich bin ziemlich ausgebrannt würde ich mal sagen. Ja. Aber mal schauen, vielleicht... Ach Gott, kann klar auch noch. Ich muss halt die Gasthalter jetzt irgendwie einnehmen. Zerstören eigentlich. Dass er sie nicht mehr hat. Das wäre schon hilfreich. Tausend Millionen Hobbits. Ah ne, die hat er gerufen. Ja, die greifen alles ein. Baumeister ist tot. Noch eine Urogrube übrig. Ha. Lustig. Wie soll ich das noch gewinnen? Ich meine, auch der Wächter hilft mir dann immer sehr viel, ne? Das ist das Problem. Kampftrolle könnten hilfreich sein, aber... Ich weiß noch. Ich weiß es nicht. Der ist überall und nirgendwo. Nach mehr Wunnen kommen noch in den Weltkrieg langs am Hunger. Ja, da kommen noch mehr Gegner. Ich hätte gut Lust, hier jetzt einen Wächter zu rufen, aber ich weiß nicht, wo ich den wirklich hinpacken soll. Wann war er halt hier? Ah, doch, da passt er hin. Den bauen wir jetzt da hin. Ach, Adler. Ja, klar. Wieso nicht? Warum auch nicht die Adler rufen, ne? Na, war uns toll. Das hebe ich mir jetzt auf. Da kommt so viel Kram. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ja, klar. Baut der da so Karten und Reiß direkt vor mir. Aber sonst geht es dir gut, oder? So, Baumeister, der stirbt jetzt. Na toll. Ich weiß noch nicht. Nein, nicht. Den brauche ich noch. Er ist ganz wichtig, den brauche ich noch. Und Wagen des Baumeisters, den brauche ich noch. Ritter von Dol Amruf. Ja, klar. Warum auch nicht. Nee, sorry, keine Chance. Der haut mich hier weg. Bei aller Liebe, ich weiß nicht, wie ich das noch gewinnen soll. Da, da, da. Wo die lang renntet mich auch mal interessiert. Nee, das ist zu viel. Selbst mit den Drachen würde ich das jetzt wahrscheinlich nur noch schaffen. Ja, danke. Ja, danke. Ja, ist ja nicht mal was zum kaputt machen. Ah, doch hier. Keine Ahnung, ob das gut war, oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gibt es hier irgendwo Bäume? Anscheinend nicht. Also der Ballrock gefällt mir um einiges besser, wenn ich ehrlich bin. Der scheint potenter. Aber das war's. Das schaffe ich nicht mehr. Schade. Hat nicht ganz gereicht. War zu viel. War zu viel. Naja. Ist ja auch nicht so schlimm. Kann nicht jede Schlacht gewinnen. Ist halt nervig. Gut, damit bin ich aber für heute fertig. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Wir sind noch dann auf den Weg, den wir gefolgt. Aber sie wissen können. Es gibt noch ein paar Tage. Wir sind noch ein paar Tage. Wir sind noch ein paar Tage. Untertitelung des ZDF, 2020